Wie ist es mit dem Gewinnen? Gehofft? Ja, wir haben es gehofft auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir gewonnen haben. Und wir werden auch weiter mit der Musik machen. Und wir gewinnen noch weitere Wettbewerbe. Machen wir es! Wie war es jetzt im Vergleich zum Casting? War lustiger, weil es großartig war und mehr Leute hier waren. Mehr Zuschauer. Mehr Zuschauer, es macht mehr Spaß. Einmal der Ruf! Freak is right! Die Sieger von den Neuköllner Stern im 2000. Die Sieger von den Neuköllner Stern.